Ich würde auch gerne so fliegen können. Aua! Keine! Gute Idee. Wieso sterbe ich jetzt, weil ich zwei von diesen Teilen berühre? Kann ich das denn auch so machen? Ja! Wieso kann ich das nicht so machen? Wieso bin ich zu scheiße dafür? Wieso? Verdammt! Ich hasse es, wenn ich nicht weiß, was ich falsch mache. Gut. Glühwürmchen? Gut. Glühwürmchen, nicht Feind. Samurai-Bogen-Weste. Feind. Äh. Nee. Pfui. Wohl. Ja? Aua. Also das Falten habe ich noch nicht so ganz rausgekommen. Das dauert wahrscheinlich noch was. Wieso? Okay, also eigentlich muss ich ja nicht mehr fragen, denn das Spiel ist ja komplett verrückt. Also... Ja. Und ich habe gesehen, es ist erst das dritte von fünf Kapiteln. Also... Oh. Falsche Richtung. Scheinbar geht es noch. Hallo? Oh. Es war doch der richtige Ausgang. Das ist bitter. Was bin ich denn jetzt? Ja. Äh... Aua. Hallo? Hallo? Gegen wen muss ich wie kämpfen? Okay. Die habe ich schon mal. Die habe ich auch schon mal. Schön. Die habe ich auch schon mal. Was fehlt mir noch? Was fehlt mir noch? Ah. Gut. Keine Ahnung, was passiert ist oder... Naja. Ich wiederhole mich. Ich wiederhole mich. Ich wiederhole mich. Ja. So macht man das Ganze, ja? Jetzt gib mir mal meine beiden Kübelchen. Ich brauch Leben. Ja. Ah, so ein Zeitrennen. Wer weiß, vielleicht überlebe ich es ja diesmal gut. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine. Töte oder getötet werden. Oh. Hallo. Erstmal. Keine von diesen Dingern nachkommen lassen. Oh, da vorne ist noch einer. Ja. Erfolg. Komm, Alice, nicht dröhnen. Du hast schon den Zug verpasst. Gut. Was mach ich? Achso. Hm, ich bin mal zu vorerlich. Merke ich irgendwie. Gut. stuff. ını. охralien. Dziękuję. Level beendet. Oh ja, rutschen. Juhu. Na, komm. Hä? Juhu. Spaß. Ja, dann... Sieht das Ganze noch mehr aus. Ja. Ja. Oh, tut mir leid. So, ich gehe direkt... Ah, nein. Falsche Taste. Geht direkt weiter. Na? Juhu. Hä? Was ist das denn? Okay. Okay. Ähm, ja... Die Wespen gehen mir auf den Weg. Die Wespen gehen mir auf den Weg. Die Wespen gehen mir auf den Weg. Scheinbar müssen wir hier erst später hin. Ich hoffe, dass ihr jetzt überhaupt Ton habt. Und dass sich der X-Tubi nicht umgestellt hat. Weil... Mir gerade eben ein... Hallo! Ähm, ja, 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 ja... Oh mein Gott! Au! 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 Nein! Ich will nicht dich im Visier haben. Ich möchte diesen Vogel da im Visier haben. So! Ups! Ja, komm her! Ja! 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 Na, komm! Komm Au